Freundlichkeit Ein Vortrag im Rahmen des Lexikons der Tugenden Hallo und herzlich Willkommen zu einem neuen Eintrag im Lexikon der Tugenden. Heute zum Thema Freundlichkeit. Mein Name ist Sukadev Bretz, Gründer von www.yoga-vidya.de Heute geht es wieder um ein schönes Thema, nämlich Freundlichkeit. Was heißt Freundlichkeit und wie kannst du mehr Freundlichkeit im Alltag umsetzen? Freundlichkeit ist ein Umgang mit dir selbst. Freundlichkeit natürlich insbesondere im Umgang mit anderen Menschen. Grundlage der Freundlichkeit ist eine tiefe innere Verbindung. Wenn du tief in dich selbst hineinspürst, wenn du spürst, dass ganz tief im Inneren du gut bist, tief in dir Freude und Liebe ist, dass du aber auf einer oberflächlichen Ebene und vielen anderen Ebenen alle Arten von Schwächen hast, du daran arbeiten willst, diese Schwächen zu überwinden, du daran arbeiten willst, das umzusetzen, umzusetzen, was tief in dir angelegt ist, dann gilt es, freundlich mit dir umzugehen. Du kannst nicht, es nutzt nichts, wenn du dich bekämpfst, sondern es geht darum, freundlich mit dir umzugehen, auch Selbstliebe zu zeigen und dann freundlich mit dir umgehen. Freundlichkeit mit dir selbst heißt schon, dass du auch konsequent bist. Freundlichkeit mit dir selbst heißt natürlich auch, dass du deine Essgewohnheiten, Schlafgewohnheiten usw. so gestaltest, dass es für dich gut ist. Freundlichkeit mit dir selbst heißt auch regelmäßig an die frische Luft zu gehen. Freundlichkeit zu dir selbst heißt auch zu meditieren und Yoga zu üben. Aber bei all dem einen freundlichen Umgang zu zeigen. Freundlichkeit gilt natürlich auch mit anderen Menschen. Freundlichkeit kommt zunächst auch wieder daraus, dass du weißt, tief im Inneren bist du mit anderen Menschen verbunden. Du kannst eine Herzensverbindung herstellen. Wenn du mit einem Menschen zu tun hast, kannst du spüren, von der tiefen Ebene sind wir miteinander verbunden. Auf einer tiefen Ebene sind wir vereint in Liebe, in Freude. Yoga sagt ja sogar, auf der tiefsten Ebene sind wir eins. Das kannst du spüren. Indem du eine solche Herz-zu-Herz-Verbindung herstellst, ist erst mal die Grundbasis da. Zweiter Aspekt der Freundlichkeit ist dann auch, dass du ein Wohlwollen zu anderen Menschen ausdrückst. Wenn du Menschen einen guten Tag wünschst, dann meine es auch. Sag es mit etwas Herz. Sag nicht einfach Tag oder Mojo oder Grüezi, sondern mit, du kannst nicht genau diese Worte verwenden, aber du kannst es mit Herz sagen. Wenn du sagst Guten Tag oder selbst wenn es Moin Moin ist, dann verbinde es mit Herz und wünsche dem anderen etwas Gutes. Freundlichkeit heißt dann auch als Drittes, dass du weißt, tief im Inneren meint es der andere Mensch gut. Menschen verhalten sich eigenartig. Menschen tun komische Dinge. Menschen tun auch ethisch falsche Dinge. Menschen tun auch Dinge, von denen man sie abhalten muss. Es gibt auch manchmal Gründe, gute Gründe, weshalb jemand ins Gefängnis gespart wird. Aber geht trotzdem davon aus, ganz tief im Inneren meint es ein Mensch gut. Aus Verletztheiten, aus Gekränktheiten, aus falschem Wissen, aus Unüberlegtheit tun Menschen Dinge, die nicht richtig sind. Aber in der Tiefe, jeder Mensch strebt danach, Liebe zu geben und Liebe zu empfangen. Vielleicht nicht unbedingt Liebe dem zu geben, mit dem sie zu tun haben, aber vielleicht gegenüber jemand anderem. Freundlichkeit stammt eben auch aus einem positiven Weltbild, positiven Menschenbild. Du kannst manchmal auch überlegen, der Mensch, über den du dich aufregst, tief im Inneren meint er es auch gut. Du könntest auch überlegen, angenommen der Mensch würde aus Liebe heraus handeln, so wie er handelt. Vielleicht gegenüber seiner Familie, vielleicht gegenüber seinem Vater, weiß er, wenn er nicht mehr lebt. Vielleicht ruft er nach Liebe, streit, schreit nach Liebe oder will gegenüber einem Menschen nicht mehr da ist Liebe ausdrücken. Du kannst überlegen, vielleicht kommst du zu etwas. Du kannst auch überlegen, welches Anliegen hat der Mensch, welches wertzuschätzende Anliegen. Manchmal kann man auch einen Menschen fragen, worum geht es dir überhaupt? Das ist also die nächste Ebene der Freundlichkeit. Und dann gibt es eine weitere Ebene der Freundlichkeit und das ist schlicht und ergreifend auch Höflichkeit. Es gilt, gegenüber Menschen freundlich umzugehen, nicht an Emotionen einfach ausdrückt zu lassen, nicht einfach zu schimpfen, wenn der danach ist, nicht einfach Dinge hinzuwerfen, wenn der danach ist, sondern Freundlichkeit heißt auch im Umgangston. Freundlichkeit kann heißen, wenn du einen Menschen siehst, ihn zu grüßen, guten Tag zu sein, zu sagen. Freundlichkeit kann heißen, wenn du irgendwo bist, dem anderen den Vortritt zu lassen. Freundlichkeit kann heißen, dem anderen den Mantel auszuziehen. Das muss nicht nur Kavalier von Mann zu Frau sein. Freundlichkeit kann heißen, zu schauen, was braucht der andere Mensch, was kann ich für ihn geben. Freundlichkeit kann heißen, selbst wenn der andere dich gekränkt hat, ihn freundlich zu behandeln, nicht dem anderen mit gleicher Münze heimzuzahlen. Vielleicht hat es jemand einfach nur aus Nachlässigkeit gemacht. Sei du selbst freundlich und dann wird in vielen Fällen der andere oder die andere auch freundlich wieder zurück sein. Also Freundlichkeit auch im Praktischen durchaus auch Höflichkeit. Manchmal muss es auch ein ehrliches Wort geben. Manchmal muss man auch mal sagen, so geht es nicht. Freundlichkeit hat auch ihre Grenzen. Aber meistens, selbst wenn du jemand anderem auch mal klar seine Meinung sagen willst, ist es auch hilfreich, zwar klar zu sein, offen zu sein, ehrlich, aber dennoch mit einer gewissen Freundlichkeit. Ja, du kannst selbst weiter überlegen, Freundlichkeit, Freundlichkeit gegenüber dir selbst, Freundlichkeit gegenüber den Menschen, mit denen du zu tun hast, vielleicht auch Freundlichkeit gegenüber der ganzen Welt. Freundlichkeit aus der Tiefe deines Wesens als Ausdruck der Verbundenheit. Freundlichkeit als Ausdruck des Wunsches, Gutes zu tun und anderen Gutes zu wünschen, für andere Gutes zu bewirken. Freundlichkeit aus der tiefen Überzeugung, dass jeder Mensch aus Respekt zu respektieren, Wert zu schätzen, Anliegen heraus, handelt, denkt, fühlt. Freundlichkeit, dann aber auch eine Höflichkeit, im Umgangston, in der Art und Weise, mit anderen Menschen zu sprechen. Und das gilt nicht nur Sprechen, sondern auch, wenn du Kommentare gibst, auf Facebook oder im Blog oder YouTube. Eine gewisse Grundfreundlichkeit ist immer hilfreich. Überlege selbst, was du dazu meinst. Gib vielleicht auch deine Kommentare dazu ab. Mehr Anregungen auf unseren Internetseiten auf www.yoga-vidya.de Dort findest du auch ein Suchfeld und im Suchfeld kannst du auch jeden beliebigen Begriff eingeben, jede beliebige Tugend, Eigenschaft, Yoga oder was auch immer du suchst.